Willkommen zurück zu Aperture Tag. Wir haben diese Kamera weitestgehend schon gelöst. Ja, ich habe gerade das Wort weitestgehend verwendet. Und sei da. Und ja, mal zusehen, wie wir jetzt da noch kommen. Ich habe das für eine Idee, aber ich bin noch nicht sicher, ob das funktioniert. Dazu müssen wir da erst mal nach oben. Wir dürfen, dass wir das überleben. Wir kleckern. Und da ist das. Ich glaube, das funktioniert. Aber das ist doch eh so ein fassen Weg. Nö. Nö, 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 nö. Das funktioniert nicht. Scheiße. Okay, herzlich willkommen zu Aperture Tag. Ach, verdammt. War knapp. Ach, shit. Nein. Wie jetzt erst kann man kein Dom noch ein bisschen länger gehen, als ich übersprüge die Hand genommen. Mensch. Das ist blöd. Hm. Das kann man auch nicht wissen können. Das war in einer annehmbaren Zeit. Oh, wie. Jetzt das irgendwie so machen die ursprünglich die Idee war. Jetzt so. Und drüber. Und keine Chance. Aber ich weiß nicht, das ist garantiert die richtige, der richtige Ansatz. Das ist garantiert, dass wir da rüber zu kommen. Aber wie. Warte mal. Oh. Warte mal. Warte mal. Wir können wieder... Ne. Ha. Verdammt. Ich komme wieder nach drüben. Dieser scheiß Fissler macht uns alles kaputt. Nein. Oh, fuck it. Mann. Wie kriegen wir das hin? Diese scheiß Fisskammer. Ja. Komm. Da. Da. So. Jetzt springen wir nach drüben. So. Dann machen wir blauen Flecken. Springen darüber. Überleben hoffentlich. Machen die Agilen. Springen hier nach oben. Fliegen zu weit. Und... Überleben. Äh. Nein. Überleben nicht. Scheiße. Aaaaah. Diese Dead-Kammer. Aber ich geh doch nicht. Oh, ja, 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 ja. Ach, super. Blau. Und... Scheiße. Komm mal. Das kannst du geil mal erzählen, was ihr hier tut. Ach, Mensch. Ach. Wie kommen wir da nach drüben? Hau. De. Hock. Bummer. Go. Nee, das geht schon mal nicht. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Da ist ne Wand. Kann ich es? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich meine, der Reaktor. Ich meine, nevermind, move along. Okay. Der Reaktor. Der Test. Dann nevermind. Ist die Rede etwa von GLaDOS? Das wäre nämlich nicht sehr wünschenswert, weil ich bin GLaDOS eigentlich gar nicht. Aber GLaDOS ist böse. Alright, this is our final chamber. If you solve this test, it means you are eligible to perform a series of highly dangerous procedures. And that was what we were testing for. Another mystery solved. For you, thank you from the very beginning. What the fuck, wo ist der jetzt wieder? Nevermind. Das... bring mir Würfel. Der Würfel, aktiviert das Ding hier. Alles klar. Ja. Gibt's irgendwie den Würfel hier. Ah. Ja. So. So. Wo ist jetzt hier? BoardLection. Hui. Okay. Ich will nicht diesen Würfel, es sei denn dieses Gitter. Hm. Okay. Ich so. Am liebsten zu. Mal schauen. Bitte. Da muss ich mich hochkommen. Was denk ich mir eigentlich? Da war ein Fissler. Ah, Greeny. Okay. Let's do it again. Okay. Let's do it again. Okay. Let's do it again. Okay. Ich weiß nicht, immer wo. Irgendwie so. Ach, warte. Das blut. Wo's ich der sein? Aha. Ääh, es muss eine zweite Riffen geben, sich zu Hause. Dann komme ich da oben. Warte mal. Ist das ein Portal hier weg? Ist das ohne so viel? Nein. Okay. Ah, ich hab keine Idee. Wie zum Beispiel ist das hier? Schlechte Idee? Kann ich mich da gucken? Über dieses Portal ist mir schon klar. Ähm. Ähm. Zweiten wird? Zweiten wird? Ja. Quatsch. Hä? Ne. Hä? What the hell? Das kann mal gehen. Ich muss mich hier drauf stellen. Ja, schon. Ich muss mich hier drauf stellen. Ich kriege den Würfel. So, garantiert. Ich werde drauf stellen. Hä? Okay. Okay, ich stelle mich hier bestimmt gerade so richtig dumm an. Jetzt im Teufel. 我的 Minis terrain. Ich kriege Colon viel auf dem сделать. Keine methode. Malen Ja? So, ich komm da hoch, aber das bringt mir das. Oh, das ist doch der Würfel. Was ist das denn hier für die Würfel? Hä? Ich seh's echt nicht. Oh, das ist doch der Würfel. Nein, das war garantiert nicht gut. Was ist das denn hier? Das Portal? Nein, da geh ich da wieder rüber, um den zu sterben. Vielleicht ist das nicht. Kann ich den mal rutschen lassen oder was? Was ist das denn? Oh Gott, nein. Wir sollten auf so eine Idee kommen. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wow. Wir haben's geschafft. Nein, 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 nein. Nicht wirklich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich habe's geschafft. Aber ich habe das. Ich habe das nicht gehört, warum ich jetzt nicht... Jetzt muss ich mich einfach sagen. Natürlich nicht. Es ist gut. Ich muss nicht holen. Ja, wir haben es geschafft! Und jetzt um die Welt der Aperture-Science zu retten! Wie gesagt, du hast es durch das Experiment, aber wenn du überleben willst, musst du zu mir hören und tun, was ich sage. Die erste Sache, schau über diese Gap! Ja, nicht das erste Mal, dass mir so ein Chor helfen will. Ja, bestimmt. Okay, dann geht's das. Okay. Okay. Das, mein Freund, ist das, was das ganze Ort auf der Arbeit und läuft. Das ist der Aperture-Laboratoren Stabilität Stable Energie Reaktor. Oder der Ulcer. Was? Was? Jetzt? Diese Namen sind manchmal schrecklich. Ich werde es nennen, was ich will. Wir werden es später diskutieren. Ich bin in der Mitte eines Experimenten. Ja? Entschuldigung, ich muss etwas fixieren. Geh auf das Kontroll-Panel auf dem Oberfluss. Ich werde dich später treffen. Äh, ich habe so ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Aber hey, das ist Portal. Das kommt schon mal vor. No. Was? No coffee, no work. Okay. Keine... Oh, ich habe nicht mal meine Portal-Gun-Zeug. Okay. Portal-Attack ist nicht optimal. Hier gehen wir nicht lang. Gut. Dann gehen wir in die andere Richtung. Aber hier gehen wir auch nicht lang. Dann gehen wir da lang. Dann gehen wir auch nicht lang. Dann gehen wir gleich da lang. Aber schauen kurz, ob wir etwas sehen. Nö. Sehen da nix. Okay. Wir kriechen jetzt also offiziell durch die Lüftungsschächte von Aperture Science. Yes. Wir haben alles erreicht, was man erreichen kann. Okay. Das ist interessant. Denn ich habe mich schon immer mal gefragt, woher die ganze Energie kommt von Aperture Science. Aber jetzt müssen wir irgendwie zum Control-Panel zu diesem roten Button da unten. Wenn sie wieder hinkommen, mag mich nicht. Irgendwo ist bestimmt ein Weg. Welcome to the future of tomorrow. Oder to tomorrow? Nee, of tomorrow. Okay, okay, okay. Ach, hier. Ah, wir sind schon eine Ebene tiefer. Okay, jetzt geht es noch eine Ebene tiefer, bitte. Diabo. Cooler Liftaufnahme. Es ist schon so, dass das unter mir der Lift ist, oder? Oder war das der Lift? Keine Ahnung. Ah, Riko, wenn ich rein. Das ist wegen dem Computer, wenn wir nicht verstehen. Und... Danger! Wozu Hölle sind wir jetzt genau? ... ... ... ... ... ... Okay, das ist nicht möglich. Okay, ich werde sterben. Run! 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 Oh, sehr offen, cool! Ja, genau so was wollte ich. Nein, fuck. Verdammt. Alles klar. Alles klar, das ist geil. Das ist geil, genau so was. Das ist schön. Aber wir tun das in der nächsten Episode. Denn in dieser Episode haben wir keine Zeit mehr dafür. Wir sehen uns also in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss, euer Greeny. Ciao.